Hallo bei eGroupware. eGroupware bietet für Administratoren und Benutzer eine Vielzahl von Möglichkeiten, die ihre tägliche Arbeit strukturieren und erleichtern. Wir zeigen anhand der grundlegenden Werkzeuge, wie sie eGroupware als Admin jederzeit flexibel an die Bedürfnisse ihres Unternehmens anpassen. Als Administrator ermöglichen wir ihnen zum Beispiel die Verwaltung von Benutzer- und Gruppenrechten, das Erstellen von Kategorien zum Beispiel für Kunden, das Definieren von Zugriffsrechten, das Anlegen zusätzlicher benutzerdefinierter Felder und die Anpassung von generellen Einstellungen für alle Nutzer. Zunächst zu den Benutzerkonten und Benutzergruppen. Sie liegen wie alle Administratorenoptionen im Menü auf der linken Seite. Ein fertiges Benutzerkonto kann viele Informationen beinhalten, zum Beispiel Adresse, Kontaktdaten, Foto und Passwort und Gruppenzugehörigkeiten. Um ein neues Benutzerkonto anzulegen, wählen Sie hinzufügen und geben dann alles zum neuen Benutzer ein. Legen Sie eine Login-ID fest. Hierbei verwenden Sie möglichst keine Leerzeichen. Wenn Sie möchten, kann das neue Konto zeitlich begrenzt sein, zum Beispiel wenn es für einen Praktikanten oder freien Mitarbeiter erstellt wird. Legen Sie fest, zu welchen Gruppen der Benutzer gehört, zum Beispiel Management oder Vertrieb. Mit der primären Gruppe können Sie eine Gruppenmitgliedschaft auszeichnen, zum Beispiel für die Auswahl von Benutzern bei großen Mitarbeiterzahlen. Hier geben Sie am besten das direkte Umfeld des Benutzers an, wie etwa sein Team oder seine Abteilung. Jetzt zu den Benutzergruppen. Auch sie liegen im Admin-Menü ganz links. Durch Anklicken einer Gruppe sehen Sie, wer bereits in dieser Gruppe ist. Über das Kontextmenü gelangen Sie zu den verschiedenen Optionen. Durch Gruppe bearbeiten können Sie weitere Personen zur Gruppe hinzufügen. Hier sehen Sie auch, welche Inhalte der jeweiligen Gruppe zur Verfügung stehen. Im Kontextmenü einer Gruppe kann ich weitere Einstellungen zur Gruppe festlegen. Über Zugriffsrechte im Kontextmenü der jeweiligen Gruppe erhalten Sie eine klare Übersicht und mehr Optionen zu den Gruppenrechten. Mit dem Button hinzufügen kann ich als Admin ganz einfach neue Regeln erstellen. Hier lege ich fest, dass der Kalender der Gruppe Admins auch vom Management gelesen werden kann. Für alle Zugriffsrechte gibt es drei Einstellungsfilter. Was darf der Benutzer sehen? Was dürfen andere Mitarbeiter von ihm sehen? Und welche Anwendungen stehen dem Benutzer zur Verfügung? Unser Tipp, legen Sie Regeln immer für ganze Gruppen fest anstatt für einzelne Personen. So bleiben Zugriffsrechte für Sie immer übersichtlich und sind leicht anzupassen. Ändere ich die Regeln einer Gruppe, werden damit immer automatisch die Zugriffsrechte jeder Person der Gruppe angepasst. So viel zum Verwalten von Benutzern und Gruppen. In der Rubrik Admin finden Sie viele Informationen, die speziell für Sie als Administrator interessant sind. Möchten Sie wissen, auf welchem Paketstand Ihre Installation ist, finden Sie diese Informationen bei den Admin-Funktionalitäten. Wählen Sie hierzu Änderungslog und Versionen. Im Änderungslog werden hier von uns alle wichtigen Neuerungen in der Software eingetragen. Im nächsten Schritt erklären wir, wie Sie über das Menü links gezielt Einstellungen an Anwendungen vornehmen. Die wichtigsten Optionen hierbei sind die generelle Konfiguration der Anwendung, das Anlegen von globalen Kategorien und die Erstellung von benutzerdefinierten Feldern. Unter dem Menüpunkt Konfiguration finden Sie Einstellungsmöglichkeiten zu allen Anwendungen. Jetzt zur Verwendung von Kategorien am Beispiel des Adressbuchs. Kategorien haben die Funktion, Kontakte zu sortieren. Eine Kategorie beinhaltet zum Beispiel Kunden oder auch Geschäftspartner und kann auch hierarchisch aufgebaut sein. Wenn Sie Kategorien anlegen, können Ihre Mitarbeiter zum Beispiel alle ihre Kontakte diesen Kategorien zuweisen, was das Filter nach Personen sehr übersichtlich macht. Es ist auch möglich, Kategorien nur für bestimmte Gruppen anzulegen. Vielleicht braucht Ihr Marketing zum Beispiel eine eigene Kategorie Presse, um hier spezielle Kontakte abzulegen oder einen Newsletter nur an Kontakte dieser Kategorie zu verschicken. Der letzte Themenbereich im Anwendungsmenü sind die benutzerdefinierten Felder. Als Administrator kann ich eigene Eingabefelder hinzufügen. Sie wollen Kontakten weitere Informationen zuweisen, vielleicht möchten Sie speichern, in welcher Sprache ein Kunde Ihr Newsletter erhalten soll oder wer ein Weihnachtspräsent bekommt. Hierfür wählen Sie zum Beispiel im Menü zum Adressbuch Benutzerdefinierte Felder aus und klicken dann auf Hinzufügen. Sie können dann verschiedene Arten von Feldern hinzufügen und diese benennen. In einem Textfeld kann eine Information frei eingegeben werden. In einem Auswahlfeld entscheidet der Benutzer zwischen Optionen. Zum Ende dieses Tutorials noch ein paar Informationen zu den Einstellungen, die Sie als Admin im Topmenü wählen können. Im oberen linken Feld sehen Sie immer, an welcher Anwendung Sie Einstellungen vornehmen, im oberen rechten Feld welche Art von Einstellung Sie editieren. Generell gibt es drei Arten von Einstellungen. Persönliche Einstellungen, Voreinstellungen und erzwungene Einstellungen. Persönliche Einstellungen legen Sie und alle Ihre Mitarbeiter für sich selbst fest. Voreinstellungen sind vom Admin vordefinierte Einstellungen, die der einzelne Nutzer aber ändern kann. Ist die Voreinstellung für die Benutzeroberfläche zum Beispiel das Standard-Template, können Ihre Mitarbeiter immer noch selbst das mobile Template wählen. Erzwungene Einstellungen sind vom Admin vorgegeben und lassen anderen Benutzern keine Wahlmöglichkeit. So legen Sie zum Beispiel für alle Mitarbeiter fest, ob Sie ein privates Adressbuch anlegen können oder nicht. In den Einstellungen legen Sie als Administrator schnell und übersichtlich verschiedene Regeln für die Nutzung von eGroupware in Ihrem Unternehmen fest. Wir hoffen, unser Video hat Ihnen die ersten wichtigen Admin-Werkzeuge von eGroupware gezeigt. Weitere hilfreiche Tipps für Benutzer und Administratoren gibt es in unseren anderen Tutorials. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.